Ah, wer ruft da denn an, Mensch? Was ist der denn? Günni? Ja, moin! Günni! Ja, na? Wo seid ihr denn? Sitzt ihr immer noch im Bielefeld im Stadtpark auf der Bank? Ja? Nee, ich bin schon fast in Fulda. Naja, müsst ihr euch spuken, ne? Nee, ich hab euch das gleich gesagt. Das hab ich euch gleich gesagt, das mach ich nicht mit. An jeder Bushaltestelle ein Bier. Nee, dann fäng ich Joke noch mit seinem Sambuca an. Das geht gar nicht. Ja, das könnt ihr mal sehen. Nee, äh, ihr habt keine Unterkunft bekommen. Seid ihr die ganze Nacht durchgefahren? Dann müsst ihr mich ja langsam mal einholen, oder was? Alles ausgebucht, oder wie? Seid nicht reingekommen? Ja, haben wir nicht reingelassen, oder? Ja, das ist das... Ihr seid Pappenaden, so. Das darf aber wohl nicht wahr sein. Du, äh, wollte ich euch sagen, ne? Wenn ihr über Wolfhausen fahrt, ne? Da, äh, kontrollieren die. Ja, das kann auch durchaus sein, dass die... Ihr wisst doch ganz genau. Auf dem Fahrrad, da gelten auch Promille. Ja, naja, hast gesehen, bei TikTok, ne? Ich bin ja schon, äh, mich haben sie da ja wegen 2 kmh. Ja, da müsst ihr aufpassen. Dann könnt ihr nämlich nach München laufen. Ja. Du, äh, ja, dann... Wenn ihr mich einen holen wollt, dann mal los. In Fulda, 18 Uhr ist Anpfiff. Deutschland gegen Ungarn. Ja, dann mal los, ne? Ich bin sowieso schneller. Ihr kommt ja nicht voran mit euren E-Bikes. Jo, alles klar. Bis dann, dann mach's gut. Hau rein, ne? Ho, oin... Vielen Dank.